Du hast dich lange auf diesen Einsatz vorbereitet. Du bist bereit, an deine Grenzen zu gehen. Deine Mission, Frieden und Gerechtigkeit. Du weißt nie, was dich da draußen erwartet. Bist du auch bereit für uns? Dann folge uns in den Einsatz. Werde auch du Kreisliga-Schiedsrichter. Ich bin der Grund an. Ich bin der Grund an. Sie sind die Einführung. Ich bin der Grund an. Vielen Dank.